So Leute, was geht und willkommen zu einem Video. Und zwar habe ich hier zusammen mit Alvi ein paar Tuy2s auf meiner Boxfightmap gemacht. Und dazu als erstes mal könnt ihr auch gerne bei Alvi vorbei. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Er macht momentan auch echt wieder viele Videos. Und ich kenne ihn halt einfach schon ewig. Ich habe schon vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder sowas zusammen mit den Minecraft-Videos gemacht. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr einfach nochmal bei ihm vorbeischaut und ihm vielleicht auch nochmal ein Abo dalasst. Genauso natürlich, wenn ihr neu hier seid, könnt ihr auch bei mir noch ein Abo dalassen. Das wäre auch nice. Und ansonsten dachte ich schon nochmal an alle, die meinen Support-the-Creator-Code im Shop benutzen. So, das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, das Ganze ist spontan im Stream entstanden. Weil wir haben die ganzen Hotelchen-Gaps gespielt und am Ende dachten wir jetzt einfach, komm, lass mal was anderes machen. Und haben dann einfach mal gegen Zuschauer Tuy2s gemacht. Also wer mal die Chance haben will, bei sowas mitzumachen, muss am besten immer bei Streams dabei sein. Aber genug geredet. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Weil ihr erstmal rausgetabt beim ersten Nächsten gucken. Ups, da wird kommt jetzt hier rein. Ich habe das noch nie gemacht, ne? Aber ich glaube, das mache ich jetzt auch, oder? Ich bringe die richtigen Leute immer bei minus 100. Ja, ja, ja. Okay, Ari, du hast Spaß da hinten. Hä? Wir waren oben. Alle. Aber, okay, gut. Egal, fuck it. Gut, Ari. Ich dachte, die Map wäre viel größer, weißt du? Nein, nein. Meist ja nur zu zweit. Achso, lol. Okay. Äh, oh mein Gott, ich habe einen Impfnick zitiert wohl. Oh, er hat mich. Er ist aber komplett in der Ruhe. Den anderen. Den anderen. Ach, man knockt sich sogar. Ey, ist viel raus, ey. Jetzt rast ich das. Oh, shit. Oh, shit, meine Pump ist leer. Ja, ich verliere es wahrscheinlich jetzt sogar noch, oder? Weil meine Pump und meine Eier leer ist. Obwohl ich gewandet hatte. Hey, kannst du mir mal den Code rübergeben? Oder hast du die schon veröffentlicht? Ja, ja, ist schon veröffentlicht von oben und so. Lol. Es gibt Leute, die machen jetzt, du weißt, was Ragers sind, oder? Zum Beispiel 101 zum Geld oder so. Das machen jetzt manche Leute schon auf der Map hier. Boxfight Ragers und so habe ich gesehen. Auf deiner Map? Ja, ja. Was? Ich habe ja so großartige Pros, die das machen. Fun, schwitzig. Ey, ich höre so viele Steps, ne? Ah, da ist der. Hier ist 80. Hast du den da oben? Ich komme von der Seite. Oha, übertreibt man sich. Warum baut er sich immer so perfekt hoch, Alter? Um einen Heilgang zu haben. Natürlich ist es ja auch wieder kein 200er. Das wollte ich jemanden beleidigen. Erst hatte ich dann... Nein! Pump! Mein Gott, der geil wird es ein bisschen, Junge. Das sind beide hier. Oh, das gibt es nicht. Schon wieder 30. Danke. Muss ich dir dann nachladen. Wie richtig finish. Braucht er AP von dir? Ach, boah. Jetzt brauche ich die AP. Ich wusste nicht mehr, ob man sich AP bekommen. Ich weiß nicht mehr, ob er die AP geholt hat. Ja, hat er. Ich habe komplett gecho. Also wirklich. Er hat die mal gut gespielt oder so. Ich habe einfach aus dem Ort passiert. Oh. Bei mir selbst. Nein, Junge. Ich habe vorgeboostered. Was ist wieder ein 200er? Warum kassiert er immer ein 200er von mir? Er tut mir leid. Ja, Buddy, wir können ja mal eine Mode machen. Ich hab ja nichts gegen. Nein! Nein! Ich hab's ein Edit gejoggt wieder. Ja, ich mach grad guten David mit der Pump, bin ich ehrlich. Nein, der biegt nicht. Oh, bei mir sind beide, glaub ich. Und war da eins über dir? Oh, ich hab's gejoggt. Nein, ich darf nicht. Und wieder 200er. Ich gebe immer diesem Elite Agenten-Skin immer ein 200er. Oh Gott. Ähm, bin zweimal Wild gehütet bei dir. Oder ne zweimal, einmal Wild. Aber das ist auch da. Oh mein Gott, die sind so low, ne? Na ja. Ja, Junge, ich hab den so low. Hab ich dir geklaut? Bin ich ehrlich, Alvi? Willst du jetzt hier auf ihm rumhacken? Was soll denn das, Alvi? Ja klar. Komm, 200er. Es ist der... Ich, ich kassier so Karma. Ja, er tanzt jetzt. Als ob er jetzt getanzt hat. Ja, ja. Er hat's geholfen. Aber voll, ich hab's hier voll verdient. Ich hab, ich hab so Karma kassiert. Ich bin 19. Vor kurzem geworden. Oh shit. Alter, Alvi, warum so alt? Ja, irgendwie. Und das soll ich nicht 19? Ich hätt's grad... Ich hätt's grad... Ich hätt's grad... echt verdientes Karma. Obwohl so... Alvi, warum so alt? Ich fühl mich mit 19 dann wirklich irgendwie alt, ne? Du meinst, das ist irgendwie so ein komisches Alter. 20 ist wieder cool, irgendwie. Kommt er grad zu mir? Ne. Junge, ich choke meine Pumps die ganze Zeit. Oh mein Gott, ne. Ich geh weg, Digga. Ach, Alvi. Okay, boah. Ne, Fight Rottenx. Weg mit dir. Okay. Da bin ich. Okay. Ja, ey. Jetzt war's mein Case. Wie? Jetzt hab ich den... Ich bin so... Ich bin so schön logisch. Tja. Hast du Scheiße. Nein. Wo war's denn eigentlich? Nein, es ist... Als ob du jetzt auch ein 200er gegeben hast. Ja, ja. 100? Oh, zu. Oh, nee. Alvi, jetzt ist halt... Die ganze Zeit von der einen Seite, dann... Kommt er dann von der anderen Seite. Mach ich wieder zu. Da kommst du wieder. Ganz komisch, Alter. Junge, Blumen. Sollen wir mit... Oh, Junge. Das ist wieder der Viereck-Editor. Ich hinkriegt. Nein. Nein. Hä, der baut aber auch nicht. Oh mein Gott. Jetzt haben wir es auch noch. Aua. Hä? Was ist denn? Hä? Nein, fast 200er. Das war wieder ein 200er, aber der war echt schon... Nein! Jetzt kam der andere von hinten. Ja. Muss nachladen. Keine Metz! No way, Alvi. Keine Metz. Ja, ich hab zu viel geflext. Ha. Nein, ich will nicht, dass er mich findet. Ah! Quats! Junge. Scheiße. So ein schlechter Hit. Ja, ist gut. Unklar. Kannst mich schon mal enttreppen mit deinen Zweien-Game-Namen rein. Dann spielen wir gegen... gegen euch jetzt nichts. Hä? Was passiert hier? Ich hab doch einen Metz. Ich bin dumm. Ich hab Metz bekommen von einem Finish. Jordan. Gordon. Junge hat den... Aber bei mir liegt es halt nicht. Weiter bei mir. Okay, lass zu zweit rein. Bum! Nein, ich hab's getostet. Lass ihn aufmachen. Ja, 200. Ich hab 160. Junge, wir drücken. Eben mal 200er. Ja. Was ist immer noch übrig? So. Ja. Was ändert ihr einen? Ich bin... zu schlecht für den Edit. Hä? Achso, lol. Ich kann hier an der Seite noch raus. Ich dachte hier wär Ende. Du bist im Tool-One. Ah, der eine ist extrem laut. Die wollen beintest du mir in die Box, glaub ich. Weil der eine hast. Der eine ist low gehauen, oder? Nein. Oh mein Gott. Ja, der ist der letzte Slow. Jo, let's go. Der andere Chill-Break. Ich hab aber auch. Ich hab keine Metz. Ja, GG's. Er hat minus 90 bei mir. Der kommt jetzt zu dir. Wenn er aufmacht, dann ist er dumm. Wtf. Einen rein. Ja, der kommt zu dir. Minus 100? Ja. Minus 43. Oh mein Gott. Er ist bei mir! Was? Hat er für Damage gemacht? Ja, ich pass auf, der andere könnte auch zu dir kommen. Ja. Nein. Nein. Nein, er ist komplett worden. Ich hab mich. Er ist in mich reingesprungen. Okay, jetzt hat er 50 HP. Seine Treppe. Alles seines hier hinten. Ja, GG ist 30 HP. Als ob ich das jetzt auch gewinnen. Ich hab die ganze Zeit nur gegen die Wände geguckt. Und mich darauf gefokust, ob der jetzt G für die Tieren steht oder was. Ich glaub, dass da nicht steht. Weil ich die ganze Zeit wusste, wo ich die Tieren konnte.